Eine Idee vom Foodbike ist erst im Dezember oder Januar entstanden. Ich habe es im Februar zu suchen und im Februar war es bestellt. Oder nein, im Februar war es bestellt und im April habe ich es schon abgeholt. Das ist zack-zack, aber das bin ich. Herzlich willkommen zum mittlerweile 28. Digi-Talk. Diesmal mit Anita Oehri von Nanas Foodbike. Wir haben schon ein paar Mal versucht einen Termin zu finden. Nach der Feri hat es geklappt. Ich freue mich ausserordentlich. Vor allem nachdem sie deine Hot-Tags probieren durften. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht bringst du dir selber schnell zwei, drei Worte zu dir. Wie du gekommen bist, was du bis jetzt gemacht hast. Und dann freuen wir uns auf ein interessantes Gespräch miteinander. Ja, also Eva. Anita Oehri. Mutter von drei Kindern. Das ist schlussendlich auch der Grund, wie ich dazu gekommen bin. Dass ich mehr Zeit habe für meine Kinder. Bisher war ich auch lange in der Werbewelt. Zeitung und Medienbüro. Die letzten zwölf Jahre. Und jetzt einfach mal etwas Neues gewagt. Jetzt kommen wir schon auf das Thema. Jetzt könnte man ja sagen, dass Mama von drei Kindern eher ein gesichertes Einkommen anstrebt. Jetzt gehst du in die Selbstständigkeit, wo sehr vieles Ungewiss ist. Wieso das? Du gehst normalerweise so. Das ist der Gegengesetzschritt von jedem anderen Mama, der Verantwortung hat. Oder vielleicht Papa, der zuhause Familie hat, zu ernähren. Und wogst du in die Selbstständigkeit. Wieso das? Ja, ich habe gedacht, wenn nicht jetzt, wann denn. Die Gross wird schon 22 im Sommer. Nanas kommt nicht ungefähr. Ich bin schon Nana zweifache. Und ja, die Kleinen sind noch klein in dem Sinn, mit elf und sieben. Und ich möchte das einfach noch mehr geniessen. Und ich habe mehr Zeit, obwohl ich selbstständig bin jetzt. Weil ich viel von zuhause mache. Ist das so? Ja. Aber du stehst vielleicht jeden Tag mehr oder weniger am Mittag. Zum Teil auch am Abend. Je nachdem, was läuft. Zwar tut es vor allem meistens. Aber anscheinend auch an anderen Events. Oder du machst auch Catering für Events. Ist das richtig? Und trotzdem empfindest du in diesem Sinn die Zeit für deine Kinder mehr als vorher gesehen? Ja. Wieso das? Ich habe die Vorbereitung alles zuhause. Ich habe die Halbkohle zu einer Gastrokohle umgebaut. Und ja, ich mache alles von zuhause. Am Mittag bin ich nur eineinhalb Stunden am Bike. Und ja, das Wochenende jetzt am Anfang, klar bis Ende Oktober, recht ausgelastet. Aber es ist absehbar. Und bei vielen Nanales kann Kinder mehr kommen. Wie am Mittag. Ja, okay. Sind Sie ab und zu dabei? Ab und zu. Okay. Und dann gibt es auch Haartag. Dann gibt es logisch Haartag. Jetzt komme ich mit der Überraschungsfrage. Und zwar, du müsstest auf eine einzelne Insel. Welche drei Sachen würdest du mitnehmen? Meine drei Kinder. Gut, passt eigentlich noch. Gut, okay. Mal abgesehen von dem, wenn du jetzt irgendetwas, ein Gadget oder irgendwas müsstest schmieren. Was sollst du meinen? Ein Ventilator. Ein Ventilator. Ja, der ist überall dabei. Was müsste ich mitnehmen? Nein. 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 Nichts Handy. Nichts Handy? Nichts Handy. Trotzdem, dass es so viel mit dem Handy aufwegt ist. Genau. Würdest du es trotzdem nicht mitnehmen? Nein. Nein. Wenn du schon eine einsame Inseln, dann einsam. Dann richtig. Aber ich glaube, mit den drei Kindern hast du ja eigentlich schon... Ist das eigentlich mit Passkirchen? Ausgesorgt. Und sicher auch genug zu tun. Ja. Jetzt machst du Hotdog. Ja. Ist jetzt bei uns in der Schweiz vielleicht nicht unbedingt das Fastfood, das man so kennt? Burger normal. Pommes, Kebab und so weiter. Wieso Hotdog? Das fragen mich so viele und ich habe nicht einmal eine richtige Antwort darauf. Es hat sich irgendwie zum anderen gefügt und es hat sich auf einmal ergeben, der Hotdog. Wir haben so viele Tests essen gemacht und Burger und alles mögliche. Ich möchte den Lieferservice dann mehr ausbauen auf Käseknöpfchen und Gulasch mit Spätzchen. Ich bin halt mehr so gutbürgerlich gekommen, was ich auch so viel mache. Aber die Hotdogs, ja, ich weiß nicht, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also ich kann es wirklich nicht richtig beantworten. Vielleicht eben, weil es niemanden gibt. Es gibt keine Hotdogs oder nicht die 0815 Hotdogs. Und welches ist dein Lieblingshotdog? Mit allem. Du hast ja verschiedene Sachen. Ja. Muss man übrigens sagen, sie hat wirklich ausserordentlichen Hotdogs, die man in der Region nicht so findet. Mit ganz, ganz unterschiedlichen, auch speziellen Sachen drin. Und drin ist in diesem Sinne einfach mit allem drin? Vom Sauerkrude über den Parmesan, Tomaten, Mais, alles drin. Was hast du sonst für ein Lieblingsessen? Hm, ich habe Riebel sehr gerne, was ich auch gerne mache. Und ja, Spätzle ist es eher ein Käseknöpfchen. Also alles eher so traditionelle Sachen. Ja. Aber trotzdem auf der anderen Seite die Hotdogs. Ja, es wird sich aber noch mischen, seit den nächsten paar Monaten. Also du wirst dein Angebot noch erweitern und nicht noch bei den Hotdogs bleiben, so wie du jetzt bist am Foodbike. Oder wird es einfach eine zusätzliche Geschichte werden? Es ist am Foodbike, also wie am Staatsviertag werde ich Riebel noch mit anbieten. Sonst auf dem Foodbike wird sicher Hotdog momentan noch so bleiben. Aber am Herbst wird die Lieferdienst ausbauen. Gerade am Sonntag, wenn die Restaurante alle zu haben. Und dort wird es dann mehr in die Richtung gehen. Hulasch mit Spätzle, Käseknöpfchen, Riebel. Wirklich so. Sachen, die du sonst nirgends bestellen kannst. Ausser Pizza und Kebab. Ja, ist schon so. Es gibt natürlich heute Anfang überall Pizzerien. Kebab sowieso. Dann hast du logisch noch die grossen Fastfood-Ketten. Aber sonst wird es schwierig, ja. Jetzt eben, hast du gesagt, du hast mehr Zeit mit deinen Kindern wählen. Mehr Zeit für dich. Hast du irgendwo aber auch Abstrich machen, weil du jetzt in der Selbstständigkeit bist? Ja, sehr höhere Zeit momentan. Ja, ich habe mehr Zeit für die Kinder, aber nicht unbedingt mehr Zeit für mich. Aber ich denke, das ist ganz normal. Vorher hat der Arbeitstag acht und halb, neun Stunden aufgehört. Jetzt ist es halt eher nicht so. Du bist wirklich ständig am Arbeiten. Das Büro, halt alles, was du selber machen musst. Rechnungen schreiben und 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 und. Ja, ist halt alles noch recht neu. Ich mache es noch nicht so lange. Und noch habe ich riesen Freude an allem. Ja. Hast du Angst, dass du irgendwann nicht mehr so veräutert hast? Nein, ich sehe es nicht mit so einer Angst, das Ganze. Ich sehe es recht locker, obwohl ich Mami bin. Und ich habe nicht viel zu verlieren, finde ich. Im schlimmsten Fall stelle ich das Bike im Garage anheu und gehe wieder ganz normal geschaffen. Also, ich habe kein Büro, das ich anmieten musste oder sonst ihre Lokalität. Sondern ich kann ja alles von daheim aus machen. Und darum, ja, ist das Risiko gering, dass ich jetzt da was sein was zu verlieren hätte. Also, im schlimmsten Fall habe ich morgen wieder einen normalen Job geschaffen. Du sagst, das meine ich bei grundsätzlich schon auch deiner Meinung. Es gibt überall Möglichkeiten, die sagen jetzt auch als Mut. Und du bist jetzt ein Paradebispiel bei uns. In dem Sinn, ja, erfolgreich zu sein oder etwas aufzubauen. Wieso denkst du, machen das nicht mehr junge Mütter oder einfach Mütter? Wieso ist da so der Sicherheitsdrang und die Leute haben so Angst, mit Selbstständigkeit zu gehen? Sagen Sie, wenn Familie da ist? Ja, gerade das ist die Sicherheit. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt auf die Deko bei und gerade losgelegt habe. Also, ich träge das auch schon ganz viele Jahre mit mir mit. Also, es ist jetzt doch eine Weile gegangen, bis ich den Schritt gewagt habe. Die erste Ausbildung war damals im Gastgewerb. Dann habe ich vor vier Jahren die Werteprüfung gemacht. Im Hinterkopf, dass ich eben einmal irgendetwas machen möchte. Und darum, ja, es ist schon bei mir nicht heute auf morgen passiert. Also, es ist schon… Es hat der Betz eine längere Anlaufzeit gebraucht. Und ich denke, es ist schon der Grund, ja, viele haben Angst. Und was, wenn es schief geht? Und ja, ich denke, es kommt jetzt darauf an, was man macht. Wie viel Eigenkapital, das man braucht. Wie viel Fremdkapital, das man braucht. Und es ist recht überschaubar. Und ja, habe ich alles alleine stemmen können. Und darum, ja, denke ich, habe ich den Schritt auch darum gewogen können. Wie lange hast du diese Gedanken schon gemacht? Oder wie lange hast du dann schlussendlich, wenn du denkst, so von der ersten Idee vom Foodbike, bis du dann wirklich den Schritt fassst, und gesagt hast du, ja, jetzt mache ich es. Wie lange hast du gebraucht? Also vom Foodbike, eine Idee ist erst im Dezember oder Januar entstanden. Ich habe es im Februar angefangen, gross zu haben. Und im April war das bestellt, oder nein, im Februar war das bestellt und im April habe ich es schon abgeholt. Also das ist zack, zack. Aber das bin ich. Also wenn du dann entschieden hast, dann geht das Schlag auf Schlag. Dann geht das Schlag auf Schlag. Aber bis dann, wo du entschieden hast? Es war im letzten Sommer eigentlich für mich fix, dass ich keine Anstellung mehr begeben möchte, bevor ich es nicht probiert habe. Und von dort weg angefangen habe. Von Gewerbski über die Küche umbauen und, und, und. Alles in den Weg geleitet habe. Okay, das hat also letztes Jahr bereits angefangen alles. Ja. Jetzt hast du vorher ganz am Anfang so gesagt, wenn, wenn nicht jetzt. Ja, wieso zu diesem Zeitpunkt? Und nicht bereits vor zehn Jahren? Ist der Leidensdruck noch nicht genug gross gewesen? Ja. Jeff hat noch nicht genug gesagt. Nein, keine Ahnung. Ja, ich kann das gerne zurecht sagen. Es ist auf einmal zum Zeitpunkt da gewesen, wo ich gesagt habe, okay, die Grosse ist aus dem Haus, hat selber zwei Kinder, heiratet jetzt. Ja, ich bin auch nicht 20 mehr. Ich bin auch über 40. Und darum, ja, ich denke, so lange kann ich nicht mehr warten mit dem Schritt. Und darum habe ich es einfach gewagt. Also, ich habe gerne die richtige Antwort auf das, warum das genau jetzt oder was genau da passiert ist, warum das irgendwie gerade gedacht habe. Es ist einfach... Und wie hat dieses Umfeld so reagiert, wo du dann gesagt hast, jetzt mache ich etwas auf eigene Kappe? Ja. Nur Positives oder zum Teil eher Negatives? Also richtig kritisch ist immer, ich glaube, ich weiß nicht, ist es generell so, aber das nächste Umfeld ist das Kritischste gewesen. Also Familie, Bruder, Papa, Mama, das sind sicher die ja gesehen, die am meisten ja, aber bist sicher und willst nicht am Anfang noch 50 Prozent das schaffen und gleich schrittvoll rein wagen. Es sind dann mehr wirklich Kollegen gesehen, der ganz enge Kollegenkreis, ja, wer, wenn nicht du, du packst das. Und die Familie hat schon daran gelobt, aber es sind schon die, die gesehen, Und sie sind auch alle schon so viele Jahre im gleichen Betrieb. Und da bin ich schon der einzige Chaot, in dem sie schon immer gesehen, wo immer wieder mal etwas Neues gewagt hat. Aber es ist ja auch so, ich glaube, das ist bei vielen so, dass eigentlich das nächste Umfeld immer am kritischsten auch ist. Weil, ja, sie sehen dann immer auch Gefahren und so, was nicht gut kommen kann, dass du in dem Sinne Geld verlierst oder Fehlentscheidungen triffst. Und das sind immer so die, die alle wollen behüten, schützen und schauen. Auf der anderen Seite sind es eben genau meistens auch die, die dann eben verhindern, dass man den Schritt macht. Und ich glaube, wenn man die Idee hat, um etwas zu machen, dann muss man es auch machen, weil sonst würde man sie irgendwann bereuen und sagen, oh, hätte ich doch. Und ja, ich weiss das noch viel, als Kind auch vielfach hat man dann so gesagt, ja, ich gehe dann morgen da hin, ja, die ist vielleicht, äh, weiss nicht, die Panini-Tausch-Börse, das ist zum Beispiel das Mal immer so, als ich, sagen wir so, zwölf Jungen gewesen bin, wo dann immer aktuell gewesen ist. Und da hat es immer so Nachmittag gesagt, ja, ich gehe dann nach, ich gehe dann nach, und am letzten Tag habe ich nicht gekonnt. Und das sind dann so Sachen, wo dann so, logisch, es ist jetzt ganz etwas Kleines, aber so das Gefühl von, ich hätte doch sollen, oder hätte doch, auch wie wäre es eigentlich rausgekommen. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage nachher stellen muss, dann hat man etwas falsch gemacht, weil dann bereut man etwas, oder? Ja. Ist vielleicht bei dir ähnlich, oder? Genau, ja. Ähm, jetzt haben wir vorher schon gesagt, du bist, äh, in dem Sinn, äh, one, nicht one-man-show, one-frau-show. Ähm, du machst alles selber, hast du gesagt, äh, von Einkauf bis, äh, Marketing, äh, sehr, sehr aktiv auf den sozialen Medien. Also, mal, äh, fast penetrant zum Teilen. Also, das ist nicht schlecht, sondern, äh, du kommunizierst darüber recht stark und kriegst aus meiner Sicht auch recht viel Feedback über. Ist für dich von Anfang an klar gewesen, soziale Medien, auf das gehe ich? Oder hast du einfach gesagt, ich habe kein Geld, also bleibt mir nur das? Nein, ähm, also, dass ich stark darauf gehe, klar, das ist von Anfang an klar gewesen, es ist gratis, noch. Ähm, und darum, ja, nutzen natürlich, bevor man Geld ausgibt, ausserdem komme ich aus der Werbewelt. Ähm, ja, ist es nicht so, dass ich mich dort jetzt gerne auskennen würde, finde jetzt nicht, dass die Kanäle, wo man zahlen tut, dass das jetzt meine unbedingt sind. Ähm, sondern gerade die sozialen Medien wirklich genau das Richtige sind für das. Gerade, wenn ich mal einen Tag nicht dort sein kann, dass ich es schnell posten kann, hey, sorry, Leute, heute nicht. oder wenn ich mal irgendwo anders bin, bei einem anderen Standort. Und, ja, also gerade Facebook ist dort auch wirklich super. Jetzt, gerade ich habe bei mir wirklich auf meiner privaten Seite alles umgestellt, alle Alben geschlossen, und dann habe ich das Privaten zurück und habe das gepusht. Und, ja, also die Resonanz ist gross, sehr viele Nachrichten, sehr viele Anfragen und, ja, es ist sicher der richtige Weg in diesem Moment. Vor allem jemand, der auch alleine startet, und natürlich die Möglichkeit, zu wirklich einfach, probieren wir mal zumindest den Bekanntenkreis zu erreichen, den man hat. Wie viel Zeit machst du dir pro Tag für die Aktivitäten, die du machst? Sagen Sie auf den sozialen Medien? Es geht bei mir eigentlich recht schnell. Es ist beim Morgenkaffee meistens schnell der Post, ich bin dort wieder am Mittag. Also es ist, es kann am Tag, kann es zwei Minuten sein und es kann sein, dass ich einmal wieder ein Video mache. Aber auch eh, es geht ganz schnell, weil ich das mache einmal und poste. Ich schaue sie auch nicht an, weil dann würde ich jetzt, glaube ich, gerne einen Post anbauen. Es ist, glaube ich, schon so, wenn man sich hört zu reden, selber, nur schon wenn man auf einer Nabeh redet, das ist immer so, also ganz schlimm eigentlich. Und nein, ich glaube, ich investiere relativ wenig Zeit. Also es geht zackig, so ein Post ist schnell gemacht. Und ja. Jetzt hast du auf Facebook und vor allem auch auf Instagram recht aktiv. Andere Kanäle nutzt du auch oder ist das einfach wirklich so der Automat? Nein, das sind ja zwei Kanäle. Also ich habe noch eine Homepage, bei der kommt man erfolgreich auf Facebook, wenn man drauf geht. Das ist halt auch noch so ein Steifkind von mir, das noch aufgebaut werden muss, wo ich jetzt aber momentan wieder Zeit, noch Lust habe, noch das Können. Aber das wird dann so nach dem Sommer die nächste Aufgabe sein. Das ist ja so. Wenn man wirklich eine One-Man-Show ist, oder eine One-Frau-Show, dann muss man sich wirklich auch überlegen, wo investiere ich in deine Zeit und wo nicht. Und vor allem wenn du auf der anderen Seite noch mit mit deinen drei Kindern mehr Zeit verbringen willst, wie wegst du da mal ab? Also es ist so, es ist immer ein Abwege, okay, mache ich jetzt was für das Geschäft privat und was, wenn ich im Geschäft mache, was mache ich im Geschäft? Ist das einfach so, okay, ich schaue mal in den Tag hinein, was den Tag bringt, oder bist du schon dort am Tag selber dann schon recht strukturiert? Ja, ich bin schon recht strukturiert. Also eigentlich bin ich weder. Ich kann wirklich voll in den Tag hinein leben, aber mit Struktur, ich weiß nicht, geht das überhaupt. Aber irgendwie, ja, ich weiß genau, den und den mache ich das und das spätestens, kann aber wirklich davor oder danach noch ganz spontan jenstes machen. Also es ist, wo den anderen denken, es ist so eine Höhe gemacht. Durchaus. Und also, ich kann dann auch spontan wirklich dann alles herinwerfen und sie lassen, jetzt nicht den Stand vernachlässigen oder so, schon nach getaner Arbeit, aber, dass ich dann einfach den Rest vom Tag verkündet nehme und dann halt am Morgen lieber eine Stunde früher aufstehen und dann die Höhe verledigen, etc. Also, ja, es ist mir wirklich wichtig, auch mehr Zeit für Kollegen und, ja, das ist alles Sache, die gelitten haben und, wo ich jetzt wirklich viel bewusster angehe. ja. Bereust du es noch nicht? Nein, gerne. Nein, gar nicht. Man sieht es auch an deinen Strahlen da. Also, grundsätzlich sehr, sehr zufrieden und aufgestellt. Du wirst aber sicher am Anfang auch gewisse Ängste, Sorgen oder so gehabt, wo es dann wirklich so, die Entscheidung gefallen ist, jetzt mache ich das und dann wirst du dir auch gewisse nächte Gedanken gemacht haben. Was sind so die grössten zwei, drei Herausforderungen oder Ängste, die du auch gehabt hast? Ja, also, kurz bevor ich angefangen habe, habe ich gerne gehabt. Ich war so im Zeug drin. Es ist alles so schnell gegangen, ich war so überrennt vom Ganzen. Auch bevor ich richtig losgelegt habe mit Werben, sind alle Leute auf mich zugekommen. In den ersten zwei Wochen habe ich schon fast den ganzen Sommer ausgebucht gesehen. Also, es ist alles, das hat mich richtig überrennt und voll überrascht und ich habe eigentlich einfach nur auf dieser Welle reiten können die ganze Zeit und eine riesige Freude haben und ja, und ich bin eigentlich jetzt immer noch immer noch auf dem. Also, ja, ich bin brutal überwältigt, dass das so ankommt und die Leute so Freude haben, meinen Hot-Docs und mir, dass ich viele wirklich wegen mir kann und ja, ja, es macht riesen Spass und ja. Aber Ängste und Sorgen nie? Oder nie kann, wenn man überlegt, was ist denn, was passiert, wann und so? Nein. Nein. Das ist doch schön. Das war wirklich so bevor ich gestartet habe, aber wirklich bevor das Bike bestellt war. Und ab dort war es nur noch Handeln und machen und tun und darauf freuen und das noch und das noch. und ich habe gerne keine Zeit gehabt, um da grosse Angst zu haben. Ich bin einfach drin. Und ja, ich glaube, die ganzen Ängste hatte ich die ganzen Jahre davor, als es mich auch gestoppt hat und gebremst hat, dass ich so lange gewartet habe, bis ich es angegangen bin. Und nein, jetzt fragt mich ja jeder, was du im Winter hast. Und nein, ich habe auch vor dem Winter keine Angst. Also, ich denke, die Leute haben auch keinen Hunger. Und ja, und ich habe gestartet beim Slow Up bei 2 Grad. Meine Finger sind fast angefroren gewesen am Lenkrad, weil ich fahre ja mit dem Bike jeden Tag. Und darum, ich denke, ich kenne auch den Winter, wenn es kalt ist. Und gerade die erste, den ganzen Mai haben wir ja nur gefroren und ich bin jeden Tag am Bike gestanden. Und darum, vor dem Winter habe ich gar keine Angst. Sie würden aber sicher schön Wetter-Varianten fahren und den Liberservice ausbauen. Okay. Also das ist vor allem das Ziel, dann auf den Winter hin auch noch etwas mehr zu machen. Ähm, jetzt, äh, hast du eben vorher angesprochen, wir bekommen weitere Spiesen dazu, weitere Sachen, die du machen möchtest. Ähm, ist die Idee, dass selbstständig, wirklich selbstständig allein zu bleiben oder irgendwann vielleicht auch mal Angestellte haben? Hast du dir diese Gedanken auch schon gemacht? Ich habe mir das gemacht. Ich habe schon relativ schnell Angebote übergekommen, zum Wachsen. Und ganz klar, ich will bleiben. Also ich will wirklich an Ein-Frau-Show bleiben. Und, ähm, weil ich denke, ja, das Wachsen, eben, das wird wieder zum Nachteil von meinem Kind und von der Zeit. Und, ist schon aber auch nie ein Ziel gesetzt. Da, was ich über alles rausschiessen und am Schluss irgendwie eine Kette von anderen Footbikes haben, in jedem Dorf oder jeder Stadt. Also, immer stehen zu haben, Nein, also ich will klein bleiben. Und auch ohne Angestellte, sicher mit Hilfskräften gewissen Anlässen, aber im Stundensatz, aber nicht mit fixen Angestellten. Dass eben wirklich auch die Flexibilität, die Unabhängigkeit behalten, und eben die Zeit auch für deine, für deine, für deine Freizeit einsetzen. Wir haben uns ja, zuerst mal getroffen, haben dann nachher über ein gemeinnütziges Projekt miteinander diskutiert. Und dann ist mir auch aufgefallen, du unterstützt eben auch gemeinnützige Organisationen. Es war gerade mit einem Kollegen Bescheid, wo ein gewisser Teil dann gespendet wird. Im November machst du ein ... ... ... ... Ja, ich bin durch eine schwere Zeit gegangen und habe mir damals einfach geschworen, dass ich ihr etwas zurückgib. meine kleinste Tochter ist vier Monate zu früh auf die Welt gekommen und nur mit 600 Gramm. Und als sie das überlebt hat, nach 15 Wochen intensiv, ist für mich einfach klar gewesen, ich bin jetzt nicht unbedingt sehr religiös, aber da habe ich wirklich, ich glaube man betet im Moment eh nur dann, wenn es einem schlecht geht. Und dort habe ich einfach geschworen, aber dort möchte ich ihr etwas Gutes tun. Ich habe dann noch eine Gruppe im Facebook gegründet, Wünscht ihr etwas, wo wir viele Alleinerziehende oder sozial schwachen helfen, mit Kleidern, Spielsachen, allen möglichen. Und ja, das ist halt etwas weiteres gesehen, was ich gesehen habe und einfach ja, helfen wollte. Da geht es um MS, haben wir auch in der Familie. Ich bin eine Person und ja, das ist ein Rapper, der seit einem Jahr diese Krankheit hat und hier im Rollstuhl sitzt und ich bin auf das Spendenprojekt aufmerksam geworden ganz spontan gefunden, ich helfe jetzt. Wir haben einen Franken pro Hot-Up im Polenta-Jam und ja, sind dann mit der Witz-Tustupp von mir 700 Franken zusammengekommen und ja, ich habe einen riesen froh gehabt und habe dann gefunden, das kann man ausbauen und darum haben wir gerade am 16. November in Chur im Lossee dann eine Benefiz-Hip-Hop-Rap-Veranstaltung wo sich viele tolle tolle Acts gratis zur Verfügung stellen und wir dann einen super Tag machen und dann die gesamten Einnahmen dem Projekt zu gut kommen, mit einem anderen Projekt das du kennst von der Ellen. Genau, das haben wir ja schon bekommen. Es ist sehr, sehr spannend und ich glaube auch hoch anzurechnen, dass du wohl lebst. Ich meine, es ist immer hart erarbeitetes Geld. Ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Selber hast du hinter der Bar gearbeitet, etwas organisiert und so kleine Sachen und du wartest eigentlich auf jeden Gast und freust dich ab jedem Hot-Tag und ab allem, was du verkaufst und trotzdem irgendwo noch die Idee und an etwas weiterzugeben finde ich sehr, sehr stark und das hat mich auch ein bisschen berührt und dann habe ich das Gefühl, das ist eine coole Frau, die macht das nicht wegen dem Geld. Ich glaube, das sieht man da, auch mit dem, was du erzählst, sondern einfach um in dem Sinne ein erfüllendes Leben zu haben. Ich glaube, es geht ein bisschen um das. Einfach etwas zurückgeben können. Ich finde, es ist ja, alles eine BCG und eine Ehe. Ich habe noch viel gekriegt und wenn ich keinen gebe und ja, ich brauche, ich kann verdienen, was wir brauchen und alles, was darüber aussieht, ist es nicht so, dass ich alles weggebe, aber ja, so wie es geht, Herr Franken hat mir nicht wehtun und es hat noch einen Haufen von denen gerade zwei Franken gegeben und dann sind die zwei gerade reingegangen. Es ist nicht so, dass es nur mir so geht. Es ist ja jeder von den mindestens 600 Hot-Tags, die verkauft waren, und jeder, der angehofft hat, hat sich ja bewusst dazu entschieden, dem möchte ich helfen. Es gibt viele, die gut zu tun möchten. Ja, und man kann heute auch mit kleinen Beiträgen etwas machen. Auch wenn jedem einen kleinen Beitrag gibt und ich meine, 700 Franken sind nicht zu unterschätzen, das sind 700 Franken, bis man das hat, wo man eine Weile arbeitet, auch in einer Digi-Cube oder bei Nanas Foodbike, braucht man viele so, bis man das wieder verdient hat. Und von dem her, eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ich möchte noch kurz vor Schluss nochmal zurückkommen auf dich als Frau, als Mami, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Was würdest du anderen Müttern mitgeben, die sagen, hey, eigentlich würde ich etwas ändern und so, aber eben genau die Angst haben, wo wir vorhin darüber geredet haben, ja, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Hast du noch einen Tipp an die Frauen und die Mütter? Ja, also, wenn sie auch ein starkes Umfeld haben, also, das muss ich schon dazu sagen, ich glaube, hätte nicht alles vielleicht gleich gewagt, hätte ich nicht so eine tolle Familie und so einen tollen Freundeskreis in meinem Umfeld, der mich halt schon recht unterstützt hat und mir den Rocken gestärkt hat, und gerade auch meinem Papa, der mir sehr viel hilft, und, ja, ich denke, wenn sie die Möglichkeit auch haben, reden, informieren, nicht immer nur denken, es geht nicht, oder sich verkrühen, gerade wenn man alleinerziehend ist, ich denke, heute sind ja sehr viele alleinerziehende, auch Männer, die alleinerziehend sind, und, ich denke, das ist ja nicht etwas, was abnimmt, sondern, zunimmt, und, einen Tipp, ja, wagen, also, ich will jetzt nicht jedem sagen, es kommt genau so rein, und, es ist bei mir ist es jetzt gut gegangen, es hätte auch genau so hinten rausgehen können, dass ich jeden Tag, um jeden einzelnen Tag kämpfen muss, wo ich verkaufe, aber, ja, ich würde es jederzeit genau wieder gleich machen, darum, ja, es ist noch schwierig, etwas zu raten. Aber sicher, dass man es versuchen soll, oder? Dass, wenn man eine Idee hat, dass man es versuchen soll. wenn man eine hat, und, und, Mittel hat, und einen Rückhalt hat, und, ja, dann versuchen, bevor man eben immer bereut, und hätte ich doch. Das ist sicher, ein gutes Schlusswort. für alle, die da zugeschaut haben, ja, sich auch mal die Frage stellen, hey, soll ich das machen, oder soll ich das nicht machen? Nehmt euch ein Beispiel an Renita. Sie hat es gewagt, bereut nichts, hat mehr Zeit, als sie die Woche gehabt hat, sehr, sehr spannend gewesen, dass du da gewesen bist, bei Insights auch gegeben hast, vor allem auch, wie es als Mama auch kann gehen, ein eigenes kleines Geschäft zu haben, Freude dabei zu haben, und dazuher auch noch gut zu tun. Man sieht es halt im Strahlen an, den du hast, ich glaube, du bist glücklich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für den weiten Weg alles, alles Gute. Wir werden eben am 16. November dann, informieren, miteinander etwas zusammen machen, und ja, ich freue mich natürlich darauf, sehr. Ich freue mich natürlich auch wieder auf die Hot Dogs, es liegt leider nicht ganz auf dem Weg, aber wenn es wieder dienen liegt, werden wir auch die Hot Dogs wieder essen kommen. Wir sind sehr, sie sind sehr, sehr fein, sehr, sehr zu empfehlen. Geht vorbei, Info Doots, oder ja, abonniert doch, Nanos Foodbike, dann sind wir immer informiert. Danke vielmal, haben wir zugelassen, danke vielmal, Anita, du bist da gewesen, und alles, alles Gute. Dankeschön.